Ladies and Gentlemen, ich kann es nicht fassen, dass ich das gerade wirklich mache, aber an alle, die sich rechnen sind, wissen, dass ich vor einigen Wochen das erste Mal Hakiwaki gespielt habe und das Spiel hat mich ja schon komplett auseinandergenommen und heute ist das einfach an der Zeit, dass wir uns dem Teil 2 widmen, denn anscheinend soll Hakiwaki jetzt auch eine Freundin haben und die soll jetzt auch hier Unwesen treiben und deshalb, ich habe Hakiwaki besiegt, ich werde jetzt auch seine Freundin besiegen und wenn ihr das nicht verpassen wollt, schaut euch das Video unbedingt bis zum Ende an. Lasst ein Like und ein Abo da und schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr Bock auf Roblox-Videos habt. Ich würde sagen, es geht los, let's go! So Leute und damit willkommen zu einer neuen Folge Roblox und ja Leute, nachdem wir in der letzten Hakiwaki-Folge ja die Bestie zur Strecke gebracht haben, bin ich jetzt irgendwie hier gelandet und anscheinend soll jetzt seine Freundin hier spuken, Leute und wir werden auch schauen, ob Hakiwaki vielleicht doch noch irgendwie am Leben ist, Leute. Also falls ihr den ersten Teil nicht gesehen habt, Leute, dann checkt ihn auf jeden Fall aus, weil das ist ja jetzt quasi Hakiwaki 2 und ich sage euch ehrlich, ich habe direkt schon ein bisschen Schiss. Wir sind irgendwie, glaube ich, hier aufgewacht. Also wenn wir uns rechten sind, sind wir in der letzten Folge am Ende ja in so einem Gang gelandet. Das sieht eigentlich alles recht ähnlich aus. Wir haben auch hier direkt zum Start unsere zwei Hände hier auf jeden Fall, ihr seht das, Leute. Ich sage euch ehrlich, ich habe direkt wieder richtig Schiss. Weil Leute, Hakiwaki ist auf jeden Fall ein Spiel, mit dem man nicht spaßen sollte. Ansonsten, äh... Bro, ich mag sowas jetzt schon wieder gar nicht. Das ist schon wieder ein... Das ist wirklich direkt gar nicht cool, Bro. Ich mag solche Gänge gar nicht. Also die geben mir wieder einen ganz ekligen Vibe. Ansonsten, da ist Hakiwaki, da ist irgendein Dino und hier ist wieder alles am Flackern irgendwie, Bro. Kann ich hier vielleicht rein? Okay, die Türen sind anscheinend wieder abgeschlossen, Leute. Okay, war klar. Digga, ich habe irgendwie auch Angst, dass da hinter mir jemand wieder kommt und mich abmorgsen will. Äh, okay, wo soll ich jetzt? Lang ist die... Oh, nö, Bro. Äh, nicht schon wieder so. Bruder, hier ist wieder alles voller Blut, Mann. Da habe ich schon wieder gar keinen Spaß dran. Also wirklich nicht. Können wir nicht einmal spielen, ohne dass es gruselig wird, direkt so zum Start? So, kann ich hier rein? Okay, auch abgeregt. Wir brauchen anscheinend wieder irgendeinen Schlüssel, oder? Oh, was, Bruder? Was ist denn das schon wieder, Jo? Da hat schon wieder jemand geredet, ich schwöre. Okay, wie komme ich jetzt hier rüber? Wir müssen uns hier lang hangen, glaube ich. Ja! Wow! Oh nein, noch mehr Blut, Bro. Ey, komm schon, Mann. Hagiwagis Freundin. Das, was ich mit deinem Freund gemacht habe, ich musste das machen. Er wollte mich essen. Äh, press here. Äh, okay. Junge, Hagiwagis einfach am Lachen. Hör auf, so dreckig zu lachen, Junge. Da ist eine Tür, wartet mal. Wir müssen, glaube ich, mal die Fässer beiseite ziehen, Leute. Äh, okay. Es ist wieder dunkel und wieder alles voller Blut. Da ist irgendein Puppenkopf. Und da ist ein Schlüssel. Den klaue ich mir einmal, ja? Ist okay, oder? Also, ich nehme mal sehr stark an, dass das wahrscheinlich der Schlüssel ist, den wir für diese rote Tür da brauchen. Das heißt, wir versuchen, die Tür erneut zu öffnen. Hallo, ist hier jemand? Wenn ja, mach keine Faxen, ja? Äh, Hagiwagi. Das sind so kleine Easter Eggs. Ich glaube, er lebt noch. Er kann nicht tot sein, Leute. So, was ist das für ein komisches Teil da? Ich habe keine Ahnung. Was ist das? Oh! Junge, mein Herz erschreckt mich doch nicht so. Oh, Bruder, nein. Nicht schon wieder so Schacht und sowas. Sowas ist schon wieder gar nicht lustig. Ich schwöre, da kriegt er schon wieder richtig, richtig Angst zustande, wenn ich hier wieder so rotes Licht sehe, Bruder, bitte. Also, wer auch immer hier ist, bitte ess mich nicht, ja? Ah, mein Meister. Äh, Hagi. Was geht? Ah! Bruder, erschreckt mich doch nicht so. Mein Herz, Digga. Du hässlige Puppe. Ich habe mich voll erschrocken wegen dir, Junge. Wir müssen anscheinend wieder Strom machen oder so. Dann einmal herkommen, bitte. Wir machen einmal wieder Strom, ja? Einmal hier. Einmal da. Und einmal hier. Tidä! Okay, sie bedankt sich. Aber warum bedankst du dich jetzt bei mir? Okay. Ja, dann geh jetzt lieber. Bruder, wo bist du? Hallo, die redet ja immer noch. Ich will hier raus. Hallo! Lass mich raus! Sie sagt, wir sollen wieder rausgehen. Also, ich wollte doch echt nur gucken, was hier... Ja, ich geh doch... Ich geh... Ich geh ja schon. Ja, gar kein Stress. Ich geh ja schon wieder. Digga, Alter. Das ist schon wieder richtig creepy hier, Alter. Also, Leute. Ich gebe euch auf jeden Fall keine persönliche Empfehlung, das Spiel selber zu Hause zu spielen. Hey, I'm up here. Junge, ich will mich zu erschrecken. Okay, jetzt ist anscheinend das Teil hier aktiviert, Leute. Okay, ich würde sagen, wir öffnen die nächste Tür. In der Hoffnung, dass... Äh, ich will nicht. Immer wenn sich Türen öffnen, passiert irgendwas Schlimmes. Hier geht's auf jeden Fall tief nach unten, ne? Da singt jemand! Ey, Bro, bitte! Wer auch immer da singt! Äh! Ich habe Angst, lass mich raus! Okay, Türen sind alle abgeschlossen. Da kommt irgendwie Gesang oder so. Die Puppe ist wieder hier. Was machst du hier, Puppe? Listen. I'm going to need you to trust me. Ah! Ah! Junge! Was geht hier? Vorsicht! Huggy Wuggy ist Freundin! Wer auch immer das war! Macht das ja nicht mit mir! Digga, ihr wollt doch nicht, dass ich jetzt hier reinspringe, Bro. Digga! Ich will das nicht! Ah! Äh, hallo? Bruder, ich will raus hier! Äh, interessant. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt gelandet bin, aber es sieht auf jeden Fall nicht cool aus. Abgesehen davon wurde die kleine Puppe gerade von irgendeinem neuen Monster einfach in das Loch reingezogen. Das war irgend so eine pinke Hand. Also, ich vermute mal sehr stark, dass das Huggy Wuggy's Freundin war. Wir müssen jetzt erstmal diese Dinger hier wieder verbinden, ne? Äh, ach Leute, das ist so mit Trick 18 oder was, Digga? Was ist denn das jetzt für ein Scam hier, Alter? So, jetzt aber! Äh, was passiert jetzt? Äh, hallo? Äh! Auch nö, Digga. Bro, ich mag sowas nicht, ja? Ich glaube, wir müssen jetzt diese Tür hier aufmachen, Digga. Die ist aber wieder voller Blut. Äh, meine Hand, meine Hand! Äh! Bleib fern von mir und gib mir meine Hand wieder! Äh, Digga! Äh, Digga! Hallo, Digga! Was zur Hölle ist das? Das ist die Freundin von Huggy Wuggy? Nee, ich will kein Spiel spielen! Lass einfach gehen, ja? Nee, nee. Geh weg! Ich mag das nicht, ja? Nein, nein, nein. Ich, ich, ich geh einfach jetzt, ja? Nee, ich werd keinen Spaß haben. Meine Hand hätte ich einfach gern wieder, ja? Junge, geh weg jetzt! Junge, die hat gesagt, die will mein Inneres essen, während ich am Leben bin. Ich will nicht mehr! Junge, ich spiele das Spiel seit 5 Minuten und es ist jetzt schon wieder komplett übertrieben, Alter. Digga, no joke, ich laufe jetzt schon am Limit. Und mir fehlt jetzt einfach eine Hand, Bro. Und warum sind hier wieder tote Kuscheltiere, Digga? Was soll die Scheiße, ja? Äh, was zur heiligen... Och nö, Digga. Och nö, och nö, ich will das nicht, ja? Bruder, wo zur Hölle bin ich hier, Alter? Also ich sag euch meine ehrliche Meinung, bis jetzt viel gruseliger ist Hakiwaki 1. Da oben ist ein Entzug und wir brauchen dafür, glaub ich, irgendwie eine grüne Hand oder so. Wo soll ich jetzt eine grüne Hand herbekommen? Äh, aha. Moin, Meister! Da piept irgendwas. Äh. Was hab ich gemacht? Ich, die hat drei Spiele für mich, sagt sie, aber ich will eigentlich keine Spiele spielen. Sie will testen, wie schlau ich bin. Bro, was... Och nö, Digga. Die will jetzt nicht wirklich, dass ich da reingehe, Bro. Da ist schon wieder alles voller Blut. Das kann nur nach hinten losgehen, Digga. Jetzt mal ganz ehrlich, ja? Okay, hier komm ich nicht rein. Da ist abgeschlossen, ah. Kann also nur da lang. Digga, wo zur heiligen Hölle bin ich denn hier gelandet, Bro? Digga, was ist da... Bro, ich mag keinen Tunnel. Warum muss ich jetzt in einen Tunnel reingehen? Ich spiel ein Roblox-Horrorspiel und soll in einen Tunnel und hier ist alles dunkel, Digga. Perfekt. Ist ja richtig cool. Kannst du vielleicht bitte Licht machen? Das wär richtig korrekt, Bro. Ah. Äh. Hier piept irgendwas. Okay. Äh. Was geht hier vor sich? Okay. Wir müssen, glaube ich, irgendwas bauen, Leute. Ach, ich glaube, wir bauen uns jetzt einen eigenen neuen Handschuh, weil wir brauchen eine neue Hand, Leute. Okay, Step 2. Einmal Wasser, bitte. Äh. Äh, aber das funktioniert nicht. Wir müssen das reparieren vorher. Wartet. So, Fazit, Digga. Okay, was ist Nummero 2? Jetzt aber. Okay, jetzt wird das irgendwie da hochgepumpt. Kommt da rein? Äh. Äh. Okay. So, Step Nummero 4 jetzt. Ne, Nummero 3 ist das jetzt, glaube ich. So, einmal. Zack. Das wird jetzt ein grüner Handschuh, die werden jetzt, glaube ich, bemalt, Leute. Äh. Junge, ich kack mir gleich ein, beeil dich jetzt. Digga, irgendwas ist kaputt. Ich muss wieder irgendwas reparieren hier. So, was ist hier los? So, was ist hier los? Farbe braucht ihr. Ja, hier hast du deine Farbe. Ja, jetzt mach aber hin. So, jetzt bitte einmal Farbe machen, ja? Ja, geht doch. Mach jetzt lieber alle Handschuhe schnell grün, bevor ich ausraste. Okay, letzter Step jetzt. Mach jetzt. Junge, ich will jetzt meinen Handschuhe haben. Ich brauche jetzt meine zweite Hand. Gib her jetzt. Her mit dem All. Ha. Ja. Wir haben jetzt endlich eine grüne Hand, Leute. So, dann jetzt bitte einmal raus hier, ja? Digga, was ist denn jetzt los? Ah. Äh. Okay. Ey, warum geht das jetzt wieder zu? Ey, ihr wisst doch, ich mag sowas nicht, wenn es hier dunkel ist und flackert. Äh, ich soll hier drücken, okay? Äh. Okay. Was zur Hölle ist das? Muss ich hier hin? Äh. Ey, hallo. Ey, lass mich raus, ey. Cool. Hä? Hallo. Ich will raus. Nein, nein, nein. Bruder, bitte lass mich raus. Ich will nichts. Willkommen zur Musiker-Memorie. Oh nein. Ich muss jetzt irgendein Horror-Spiel spielen. Ich will aber nicht. Ich brauche jetzt eure Hilfe. Die wollen jetzt mein Gehirn testen, Leute. Lass mich einfach raus hier. Äh. Was zur Hölle ist das da oben? Ey, geh weg. Bruder, hallo. Geh weg da. Ey, ey, ey. Oh, isn't it amazing? Mommy has been able to play. Ey, hallo, ey, Bruder, hallo. Hallo, hallo. Mache Abgang. Ey, Bro, bitte. Ey. Nein, 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 nein. Junge, mach das weg, mach das weg. Er will meinen Kopf zertrümmern. Äh. Ey. Äh. Was? Blue? Blue? Blue. Äh, äh, blu, red. Äh. Blue, red, green. Äh. Blue, red, green. Blue, red, green. Blue. Blue, red, green. Blue. Blue, red, green. Blue, red, green, blue, red. Ja, wir haben es geschafft. Wie? Äh. Red. Red, red. Mach jetzt. Junge, der will mich umbringen. Der will mich umbringen. Red, red, green. Red, red, green, green. Red, red, green, green. Red, red, green, green, green. Red, red, green, green, green. Junge, der ist mir schloss jetzt. Red, red, green, 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 violent. Huh? Red, red, green, 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 violent. Digga, wir haben es geschafft Oh mein Gott Wie, wie Runde 3 Och nö, ich will nicht mehr White, white Junge, lass mich jetzt raus White, white, violet, white White, white, violet, white White, white, violet, white, violet Was? White, white, violet, violet White, white, violet Äh, ey, ey, ich weiß nicht Ich, äh, äh, ich weiß nicht mehr, Bro Ey, Bruder, das war zu viel Ey, ey, Bruder, hör auf jetzt Ey, Bruder, hallo, bitte, Bro Ey, ey, hallo, bitte, Bro White, white, violet, violet Äh, ey, äh, 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 äh Äh, äh Hä, warte mal, was geht denn jetzt da? Hä, wo das ist? Hä? Hallo? Hä, das, das ist unmöglich, das geht Ich hab doch nix gemacht Junge, ihr habt das grad unmöglich gemacht Ich konnte das nicht lösen Bruder, mach einfach nen Abgang Ja, wer wirklich Besser ist es, lass mich raus hier Ich will raus Warum macht ihr jetzt so Ich will raus hier Warum muss ich immer in so einen Lüftungsschach rein Warum macht ihr das mit mir Ich hab darauf keine Lust mehr Ich kann das nicht mehr Ich verkrafte dieses Spiel nicht mehr länger Dieses Spiel ist die Hölle für mich Ich will nicht mehr Renn ein bisschen schneller vielleicht Was zur Hölle ist das denn jetzt, Bro Och nö Och nö Was wird der Opa jetzt von mir Hier ist liegen überall Spiel Das ist Huggies Wuggies Freundin, geh weg Hier liegen überall Spielsachen rum, Bro What the fuck Hier ist ein fetter Riesendino Ich habe absolut keinen Plan Was ich hier anstellen soll Wie wärs, wenn ich Mein Arm ist jetzt aufgeladen Und was passiert jetzt Wir müssen irgendwas anderes damit machen Hier muss irgendwo was sein Meine Hand ist jetzt aufgeladen Da oben ist so eine komische Kralle Wartet mal Aha Äh, 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 äh Bruder, was, äh, was, äh, was passiert jetzt? Okay, Leute, ich habe jetzt auch gecheckt Man muss das Teil hier anscheinend bewegen Ich das erst aktivieren muss Keine Ahnung, frag mich nicht So, dann komm einmal nach hier oben Oh, bin, zack Ja, so ein Ding ist das Jetzt machen wir so Und jetzt Pats Oha, es funktioniert Mieeeeh Junge Komm her, du dreckiger Dino So Jetzt lasse ich nach oben, Alter Ha, so ein Ding ist das Ihr könnt mich mal Oh, nö, Digga Was ist denn das jetzt hier? Das sieht schon wieder absolut gruselig aus Ich habe schon wieder gar keinen Bock Digga, Leute Ich blicke hier gar nicht mehr durch Ich will doch einfach nur raus hier Digga, noch irgendwie höre ich die ganze Zeit So komische Klopfgeräusche an den Wänden Das ist auch total komisch Ich schraff gar nichts hier Ah, oh Oh mein Gott Kann ich bitte jetzt einfach hier raus Geh weg, du dummer Stuhl Ich will raus hier Ich bin wieder draußen Ich bin ja jetzt wieder hier Stimmt, sie hat ja gesagt Wir müssen drei Minispiele machen Ja Jetzt haben wir Minispiel 2 freigeschalten Applaus Dann komm mal her, Kollege Ich habe eigentlich gar keine Lust Wack Äh, Wacki Oh nein Leute Ich glaube Wacki Wacki ist zurück Ich dachte wir Wir dachten alle, dass wir Wacki Wacki zur Strecke gebracht haben Aber ich glaube es war doch nicht so Bruder Ey Ey Bruder, was geht jetzt hier vor sich? Was ist denn das jetzt hier? Hä? Hier ist so Nein, das ist mir Ich will nicht, Bruder Hier ist alles voller Blut schon wieder Digga, was muss ich hier machen? Hier ist alles voller Ey, die ist schon wieder da Hagi Wacki Wackis Freunde Machen Abgang Das ist ein Hagi Wacki Da oben ist auch einer. Hier sind überall Huggy Wuggy. Äh. 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 Leute. Huggy Wuggy. Ganz viele. Äh. Bitte, bitte, Bruder. Bruder, warum lebst du? Huggy, warum lebst du? Äh. Nein, geh weg. Ey, die wollen mich alle fressen. Äh. 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 Oh. Mommy is so proud of you. Hab ich es geschafft jetzt, oder was? Mommy has another hint for you. Wie? Hä? Hä, was will die jetzt von mir? Gefähr damit. Ah. Sie sagt, wir haben nur noch ein einziges Game übrig. Jungen, lass mich doch einfach hier raus. Ich will das alles gar nicht. Oder lass mich jetzt einfach raus hier, ja? Lass mich einfach gehen. Digga, bitte. Kann ich jetzt einfach hier gehen? War's das? So einfach? Hä? Wo muss ich hin? Ah, warte mal. Äh. Oh mein Gott. Äh. Sieh. Ja. 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 Jetzt. Ja. Zieh dich nach oben. Sieh. Äh. Oh. Ja. Gut so. Ja. Ich bin oben. Junge. Sei leise. Ab nach unten mit dir. Tschüss. Ein bisschen Spaß muss sein, Leute. Es muss irgendeinen anderen Weg hier raus geben. Vielleicht einfach hier? Hä? Hagi? Hä? Hagi lebt? Hagi ist Freundin. Hagi ist Freundin. Äh. Ey, nee, nee, nee. Lass mal. Lass doch zu. Ey, ey, ey. Mach wieder runter. Hä? Hat sie mir jetzt die Tür aufgemacht? Hä? Hä? Das war jetzt... War das jetzt Hagis Freundin? Wer ist denn jetzt die Freundin von Hagi? Bruder, ich... Ich checke hier gerade gar nichts. Ähm. Tschüss. Einmal bitte mitkommen, ja? Kommen Sie mit daher. Sie müssen einmal bitte mitkommen. Nee, warte mal. Falsche Richtung. Nee. Doch richtige Richtung. Hä? Digger, wo bin ich hier? Warte mal. Hier ist ein Lüftungsschacht. Das ist... Kein gutes Zeichen, wenn das so dunkel ist. Ah, Hebel. Moin, Meister. So, warte. Jetzt, glaube ich, hier hin. Dann. Das. Dahin. Und das. Dahin. Und solange die aktiviert sind... Komm her! Ich glaube, wir müssen ihn jetzt hier runterziehen, Leute. Junge, fahr! Roll! Komm her jetzt! Du musst mir das jetzt aufmachen, Kollege, ja? Komm, rutsch! Mach was! Niiiihihieh! Bax! Äh, okay, wir sind weiter, Leute. Aber es sieht ein bisschen dunkler hier aus, äh. Okay, wo bin ich jetzt hier gelandet? Schon wieder, hä? Och, nicht schon wieder so ein komischer Tunnel. Ah! Äh, okay. Kann ich jetzt bitte einfach... Ich bin wieder hier, Leute. Wir sind wieder draußen. Wir haben das nächste Minigame auf jeden Fall auch hinter uns. Wichtiger Hase. Das letzte Minigame ist am blinken, Leute. Das letzte Minigame ist am blinken. Her mit dem All. Zack, Junge. Oh nein. Leute. Oh mein Gott. Das finale Minigame, Leute. Ja, aber warte mal. So, geh auf jetzt. Digga, das Ding lässt sich nicht. Warte, kann man zwei Hände nehmen? Aha. So ein Ding ist das. Och, Digga, mach doch komplett auf, ja. Oh oh. Oh oh. Leute. Finale. Bruder. Jetzt wird's ernst, Leute. Jetzt kommt's drauf an. Was ist das da oben? Muss ich hier hoch? Äh, 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 äh. Hallo? Was ist denn hier los? Okay, das Spiel spielen wir also wieder. Ich verstehe. Kann ich hier drüber, drunter? Hä? Äh. Leute, first try, als wenn. What? Äh, bro? Bro? Nee, 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 nee. Boah, ach nö. Ach nö. Äh, 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 ich will nicht mehr. Hä? Was ist das denn? Ey. Ey, wer, hä? Da kommt irgendwas. Äh. Was ist das? Ey, geh mal weg, du Ekliger. Was muss ich hier machen? Geh weg. It was always so sad. Äh. Hä? Sie labbert irgendwas von sie. Ey, warte mal, das Vieh kommt. Ey. Äh, äh, hallo? Ah. Was? Mein Herz ist stehen geblieben. Warum bin ich gestorben? Okay, Leute, ich glaube, ich habe jetzt gecheckt. Immer wenn es dunkel ist, dürfen wir uns bewegen, okay? Wenn es hell ist, nicht mehr. Äh. Jetzt wieder bewegen. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Ah. 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 Okay, Versuch Nummer 2. Es ist dunkel, wir bewegen... Wir bewegen uns nicht. Es ist hell, ich beweg mich nicht. Es ist dunkel, wir laufen wieder. Wir laufen, wir laufen. Es ist hell, wir laufen nicht. Es ist dunkel, wir laufen, wir laufen, wir hangeln uns. Wir hangeln uns nicht. Äh. Jetzt. Es ist hell, wir bewegen uns nicht. Es ist dunkel, wir bewegen uns. Es ist hell. Wir bewegen uns nicht. Junge, wie... Ah. Wir bewegen uns nicht. Wir bewegen uns nicht. Wir bewegen uns nicht. Wir bewegen uns nicht. Wir springen stattessen. Wir laufen. Wir laufen doch nicht. Es ist wieder hell. Medium easy. Umgedeckte Psychologie. Wir müssen hart nehmen. Wir nehmen hart. Vertraut. Es ist hell, wir bewegen uns nicht. Es ist dunkel, wir bewegen uns. Es ist hell, wir bewegen uns nicht. Wir gehen wieder. Warte mal, da ist wieder irgendwas. Hier ist irgendeine Figur. Oh, Sackgasse. Links oder rechts? Was nehme ich jetzt? Sackgasse. Digga, wir haben es geschafft. Ich bin drauf. Junge, er ist direkt hinter mir. Bruder, er wird mich gleich auffressen. Ey, bitte ess mich nicht, Bro. Bitte, 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 Bro. Bitte, 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 bitte. Es ist nicht. Bro, du sollst mich nicht essen. Mach einen Abgang. Bitte, Bro. Ich bin nicht lecker. Ja, komm. Ich muss hier raus. Oh, oh. Äh, äh. Leute, der Wurm, Junge, er will mich. Renn, renn, renn jetzt, Bro, renn. Wohin? Da hoch. Junge, zieh. Zieh, zieh. Oh mein Gott. Oh, oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir sind weiter. Leute, okay, wir sind weiter. Die Frage ist... Bruder, wo? Was liegt... Brauche ich irgendwas? Oh nein. Ist schon wieder ein Tunnel. Oh nein, Digga, ich mag keine Tunnel. Nein. Da rinnt wieder irgendjemand. Diese komische Freundin von Huggy ist wieder da. Bruder, zieh einfach durch, ja. Du heilige. Digga. Bruder, renn. Renn um dein Leben. Wo muss ich hin? Junge, ich will weg. Ich will doch einfach nur raus hier, Digga. Bitte, lass mich doch einfach raus hier. Bitte. Digga, wo muss ich hin? Was soll? Er geht hier vor sich. So, Digga, warte mal. Hier ist eine Tür. Digga, wo ist denn jetzt der Ausgang? Ich habe mich verlaufen, Leute. Ey. Warte mal. Da ist ne. Digga, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich bin irgendwie so im Schacht auf einmal. Junge, ich mag diese Schächte nicht. Das letzte Mal, als ich in einem Schacht war, hat mich Haki, Waki gejagt, Alter. Hier ist so doch irgendwas, die ganze... Äh, Bro? Was passiert hier? Hallo? Wo bin ich? Hä? Digga, ich spür doch einfach nur den Ausgang. Ja. Äh. Ey. Hallo, hallo. Chill, Bruder. Hä? Äh. Nein. Ey, Haki, Waki ist... Freundin? Schäme, Junge. 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 Renn. Höh. Äh. Bruder, renn um dein Leben, Bruder. Renn um dein Leben. Bruder, Bruder. Wo bin ich? Ich will einfach nur hier raus. Ich will hier raus. Renn um dein Leben. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Hier sind irgendwelche Kartons. Wir müssen hier lang. Hier ist dunkel. Ich seh nichts, aber egal. Ich seh eh, Bruder. Bruder. Renn einfach. Renn einfach nur, Bruder. Da rein, da rein, da rein. Abfahrt, Abfahrt. Digga. Oh mein Gott, Alter. Digga. Digga, ich check gar nichts gerade. Ist das endlich mal der Aus... Äh. Ah. 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 Renn. Renn. Nein, 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 ey. Ausgang, Ausgang. Lass mich durch. Äh. Ah. Ah. Junge. Äh, warte mal. Ich muss, ich muss nach oben. Nach oben. Sieh. Sieh. Oh. Oh. Sieh. Sieh, mein Junge. Ah. Ah. Junge, die... Ich... Sie sieht mich nicht. Sie sieht mich nicht. Sie sieht mich nicht. Ich glaube, die Luft ist rein, glaube ich. Digga. 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 Bruder, ich kann das nicht mehr. Ich muss doch jetzt irgendwann mal endlich diesen verkackten Ausgang hier finden, Alter. Das zieht sich ja so als von in die Länge, Alter. Lass mich jetzt hier raus. Wir müssen, glaube ich, doch hier ans Ende jetzt oder so. Digga, wo bin ich hier? Ach, du heiliger Bim Bam. Was zur Hölle geht hier vor sich, Alter? Hebe umlegen. So ein Ding ist das. Abfahrt. So, was passiert jetzt? Geht irgendwas auf. So, Digga. Wo? Ich bin jetzt... Versuch Nummer zwei. Digga. Hä? Die ist ja schon wieder da. Ey. Hä? Nein. Ey, ey. Hallo. Was? Warte mal. Ey. Lass mich raus. Hör. Renn. Renn, rennen. Renn, rennen, rennen. Wo bin ich? Wo lang? Wo lang? Oh. Oh. Ey. Ey. Junge. Was? Hä? Was macht die? Hä? Ruf. Wo bin ich? Ihh. Geh weg. Ich mag keine Hände. Äh. Renn. Leute, bitte. Ich will hier raus. Bitte, bitte. Lass mich aus. Zieh. Zieh. Schneller. 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 Wohin? 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 Rüber. Ja. Renn. Renn. Renn, Bruder. Renn. Renn irgendwo hin. Mach irgendwas. Mach irgendwas. Egal. Hauptsache, war irgendwo hin. Mach auf. Komm schon. Lass mich raus. Mach schneller. Renn. 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 Oh nein. Ding. Sind wir sicher? Wo bin ich? Was ist doch mal alles so ein... Eine Tür? Geh auf. Junge. Junge, mach schneller. Ey. 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 Bruder. Hallo. Mach jetzt nicht so. Mach schneller. Mach schneller. Sie kommt. Sie kommt. Mach schneller. Sie kommt. Digga. Hebel. Hebel umlegen. Ja. Was passiert? Ja. Ja. Ja, das war's mit dir. Huggy Wuggy Freundin. Gar nichts kannst du mir. Das ist... End im Gelände. Zick, zack. Schluss mit dir. Was ist denn das jetzt?